Hallo, mein Name ist Lukas Fröse. Ich mache meine Ausbildung zum Industriemechaniker und bin im zweiten Lehrjahr. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und du kannst sie auf drei Jahre verkürzen. Zu den Tätigkeiten des Industriemechanikers gehören Demontagen von alten Maschinen, Montagen von neuen Maschinen, Instandhaltung und Wartung der Anlagen. Ich habe jeweils dreimal im Jahr jeweils vier Wochen Blockunterricht. Meine Schule ist das Felix Fechenbach, Berufskolleg Detmold. An der Ausbildung gefällt mir, dass diese sehr vielfältig ist und du Einblicke in jede Abteilung bekommst. Außerdem gefällt mir das Arbeitsklima bei Jowat sehr gut und sie bieten eine überbetriebliche Ausbildung an. Vielleicht begrüße ich dich ja im nächsten Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker. Bis dann.